Blu-Bluon? Was? Was machst du hier? Wo... Wo sind wir? Und... Haben wir gerade zusammen in diesem Bett geschlafen? Was? Scheiße, Bluon. Äh... Was ist da passiert? Ich bin mit Olvi verheiratet, das weißt du. Ich... Ich kann das nicht tun. Wo sind wir überhaupt? Geh weg von mir! Schau mal. Ich will aber gerade durch. Kannst du mich mal durchlassen? Wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Wo geht's hier lang? Äh... Okay. Was ist das? Was... Äh... Äh... Wo sind wir hier? Okay. Wir müssen jetzt ganz ruhig bleiben. Ähm... Ja. Äh... Okay. Wir haben hier eine Kiste. Was? Wir haben hier eine Kiste. Ich... Da ist eine Spitzsacke drin. Eine Kiste? Da ist eine Spitzsacke drin. Ich... Äh... Denk mal. Wir kommen damit vielleicht hier irgendwie raus. Hast du hier irgendwie ein Hotel gemietet oder so? Die haben nicht mal eine Tür eingebaut in das Zimmer. Nein! Hä? Ich baue mich... Ich... Ich probiere einfach mal hier irgendwie rauszukommen. Das ist ja hier... Oh Gott. Oh... 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 Um... Um Gottes Willen... Wo geht's da raus? Was ist das hier? Äh... Hier sind... Äh... Das ist ja wohl ein schlechter Scherz, oder? Äh... Was ist das denn? Was ist das für ein Service hier, Alter? Das Hotel ist doch nicht gerade. Ähm... Ähm... Aaron? Was ist das? Komm mal... Das? Komm mal mit... Hä? Hä? Was ist das? Wo sind wir gelandet? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, das will ich... Wo bist du hin? Oh... Ich... 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 Ich weiß es nicht... Ich weiß... Ich fall... Ender Dragon? Was? Und damit willkommen zu unserem neuen Projekt... Mein Shit! Servus und schieß, Leute! Man meckert sich jetzt natürlich fragen, was ist dieses Projekt? Und ich... Ich nehme mir einfach mal die Ehre an, euch das Ganze hier zu erklären. Wir spielen hier auf einen Mod-Bag, auf dem ähm... Oh mein Gott, da hinten... Diverse Mods installiert sind, wie ihr vielleicht schon mitgekriegt habt. Und ich hab mir einfach mal gedacht, ich nehme mir mal die Freiheit heraus und suche aus dem Internet die kranksten, beschissensten Mods, die ich für Minecraft finden kann. Und hab sie alle in dieses Pack hier reingeklatscht. Und äh, uns... Das Ganze hier... Wir werden das hier einfach mal ein bisschen erkundigen. Ich denke, wir kennen uns beide hier noch nicht so gut aus. Und wir werden das einfach mal ein bisschen herausfinden. Das finale Ziel des Projektes ist auf jeden Fall, irgendwann mal es zu schaffen, vielleicht den Enderdrachen zu besiegen. Ich war schon im End übrigens, äh... Aber das Ganze ist natürlich noch nicht so spannend, ne? Äh, und wir haben uns jetzt gedacht, wir können uns da noch was... Noch was Fettes reinkloppen. Wenn wir mal denken... Oh! Schau mal! Das ist doch eine schöne Möglichkeit! Der... äh... Bluorn, der könnte jetzt mal da hingehen und ein paar... Teletubbies dort hinten abschlachten. Sagen wir einfach... Hey Bluorn! An deiner Stelle würde ich mal da hinten hingehen und ein paar Teletubbies abschlachten. Und danach vielleicht noch in Lava springen. Und äh... Ockli dockli! Genau! Da muss Bluorn sagen, Ockli dockli! Und muss das auch machen! Und ähm... Wer Bluorn das schon gerade macht... Teletubbies! Wo ist die scheiß Lava? Ich hab... Ich hab ein Clover. Okay Bluorn, komm mal, komm mal! Um Gottes Willen, komm hier wieder weg! Komm hier wieder weg! Alter, hier... Hier kriegst du ein Framer im Küchen des Todes, ey! Ja, okay, ähm... Okay, hier ist auch Lucky Blocks installiert. Äh, okay. Also, wollen wir mal... Wollen wir mal Lucky Blocks hier öffnen? Ich denke, jeder von euch sollte Lucky Blocks kennen. Irgendwie. Ja! Oh! Lass uns diesen Lucky Block... Schau mal, ich hab ein Nethercube bekommen. Das ist... Das ist krass. Wir müssen erstmal... Hinter dir ist ein Spanner. Wah, ekelhaft. Wir haben noch was vergessen. Ähm... Achso, ja. Ich hab hier nen Timer. Und wir haben uns gedacht, ganz professionell, setzen wir uns hier einfach nen Timer, äh, dass wir wissen, wann die Aufnahme zu Ende ist. Hier. Ach, du drehst den jetzt erst auf? Ich dreh den jetzt auf auf 20 Minuten. So, den stelle ich jetzt hier hin und der klingelt am Ende der Folge dann. Okay, okay. What the fuck? Was sind das hier für Blätter? Keine Ahnung. Da kommt nix mehr. Irgendwie... Irgendwie so... Halluzinationenblätter. Juckt mich nicht. Ich mach aber ein paar Lucky Blocks hier auf. So. Ich hab einfach Klee in der Hand. Oha. Oha. Nimm halt. Okay. Unlucky Potion. Oh nein. Nein! Oh nein, warum hab ich das getan? Ich hab nur noch ein Herz. Ich brauche Holzmassen. Um Gottes Willen. Alter, mir wird echt schwindelig hier gerade. Das ist jetzt nicht mehr schön, Leute. Um Gottes Willen. Ganz, ganz wichtig zu sagen ist für euch Leute auf jeden Fall auch, dass wir dieses Projekt hier, beziehungsweise Wollre war es ja seine Idee auf jeden Fall. Und wir nehmen das sozusagen abwechselnd auf. Das heißt, die erste Folge kommt jetzt auf unseren beiden Kanälen, hoffentlich am Dienstag. Ähm, da haben wir es nämlich geplant. Und, äh, genau. Da wird es dann, äh, die ersten beiden Folgen geben. Und dann geht's weiter. Und zwar haben wir einen kleinen Upload-Plan geschmiedet. Und zwar lautet der wie folgt. Am Dienstag kommt normalerweise meine Folge. Aber die, äh, erste Folge wird jetzt da, äh, am Anfang veröffentlicht. Von uns beide. Dann kommt am Donnerstag das Wollres-Folge. Am Samstag wieder meine Folge. Und am Sonntags wieder Wollres-Folge. Und dann, äh, läuft das alles wieder rückwärts. Und, äh, wir können gerade wieder weitermachen, wo wir gerade waren. Äh, ich bin immer noch besoffen. Ich hab gerade nicht ganz mitgekriegt, was du ihm, äh, gesagt hast. Da weiß ich nicht. Ja, 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 ja. Ist der gut? Nee, ich bin immer noch ein bisschen besoffen von vorhin. Weißt du? Oh mein Gott! Nein! 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 Wo kommt das Schwert her? Wo kommt das Schwert her? Warum ist Nacht geworden? Nein! 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 Oh Gottes Willen. Ich... Wo ist mein Holz? Ich hab gerade schon Holz gefarmt. Ach, hier. Äh, Iron Man Bike? Warte mal, wir müssen uns irgendwo in Unterschlupf suchen. Es ist Nacht und hier... Oh Gott, ich hab echt Angst hier Nacht. Wer weiß, was hier noch alles kommt, Junge. Komm mal her. Geht das? Oh, Alter! Hier ist Zö Royal Viking. Hi Zö. Oh, hallo! Zö Royal... Zö Royal... Okay, komm. Bluren, lass mal da auf den Berg hoch. Ich glaub, der ist sicherer. Als hier unten. Ich hab sechs Holz. Das reicht für die nächsten paar Jahre. Äh, äh, äh... Er ist... Er ist, äh... Eine gute KI. Jetzt rennt, 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 rennt man. Ich will nicht sterben. Okay, hier ist ein Block. Oh. Oh mein Gott. What the fuck? Was geht bei der Kuh ab? Die... Die hat einen Geschenkkopf. Hey, jetzt ist sie weg. Oh ne, die ist da drüben. Oh, okay. Ist auch noch ganz wichtig zu erwähnen, dass diese Server vom Rise Server Netzwerk gesponsert wurde. Also vielen, vielen Dank an das Rise Server Netzwerk. Wenn ihr mehr wissen wollt, könnt ihr in der Beschreibung vorbeischauen. Ich weiß auch nicht von wem dieses Rise Server Netzwerk eigentlich kommt. Also ich weiß auch nicht von den Leuten. Ich hab keine Ahnung. Also ich hab... Hab ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ist auch hier ein cooles Netzwerk, aber keine Ahnung von wem... Wo das kommt also. Ey Bluren, schau mal. Ich kann... Ich kann was machen. Schau mal. TNT brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber wir haben hier eine... Was? Du hast die Idee? Oh mein Gott! This is amazing! What the fuck, warum ist da hinten Wasser? Ich hab dich grad weggeschoben. Guck mal, hier noch ein Block. Weck Schiebund. Weck Schiebund. Hey, hier ist so viel Geld drin, ne? Warte mal, da lege ich gerade mal... Ich hab gerade aus nem Locky Block richtig viele Redstone Zeug gekriegt, Mann. Ich leg das mal nicht nur alles rein. What the fuck? Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich hab hier Holz. Du wolle? Ja. An deiner Stelle würde ich da jetzt den Berg runter springen. Nein, ich hab gerade so schöne Sachen gebaut. Oggeli doggeli! Nein, Lava! Nein! Nein, Lava! Fuck, fuck! P-Po ist der Grund, warum wir überhaupt mein Shit machen. Ich hasse dich so sehr. Ey, hier ist ein Iron-Bike-Spawner. Okay. Ich hab ne Idee. Ich baue hier gerade mal ein bisschen ab. Äh, ein bisschen Erde. Oh, hier ist ein Lucky Block. Hier ist ein Lucky Block, Bluren. Oh, ein Lucky Block ist eine... Oh. Was? I wish well. Maybe you should throw in a coin. TNT! TNT, TNT! Na, ich bin See-Royal-Wiking. Okay. Ey, da hinten ist Holz. Ich öffne diese Lucky Blocks jetzt gar nicht mehr. Scheiß drauf. Voll, ich hab mir sinnlos nen Weg gemacht. Ey, hier ist Holz. Ich baue hier gerade mal ein bisschen Holz ab. Ich hab ein Enchantment-Table. Geh weg. Bluren, ich hab ein Enchantment-Table. Hier ist ein Diamant. Wie viel Leben hat der? Hier ist ein Diamant, Mann. Was? Hier ist ein Diamant. Wo? Alter, wir müssen so... Wir müssen schnell an der Eisenspitzhacke kommen. Ich hab ein Diamant gefunden an der Oberfläche. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Oh, hier ist... Oh, ich hab ne Steinspitzhacke und ein bisschen was. Ich bin in so ein Battle Tower drin. Was, Alter? In einem Battle Tower? Ja, in so einem Turm hier. In so einem Turm. In was für einem? Ich komm wieder zum... Ach, da bist du ja. Ich komm wieder zum... Ich hab ne Enchantment-Table und ich hab ein bisschen Steinwerkzeug. Oh. Oha, nice. Walking Painting! Das sind wirklich... Guck dir das mal an! Walking Painting... Komm! Komm, komm! Oh! Ich hab ne Blume gekriegt. Eine romant... Oh, Bluon. Bluon, ich will dir was schenken. Das ist eine romantische Rose. Wie mein Tick Rose. Walking Paintinger and Stuff. Alter, was... Bluon, nimm mal mein ganzes... Nimm mal mein ganzes krasses Zeug. Nimm mal mein Zeug. Ich will nen Lucky Block öffnen. Schreib das an. Oder nee. Bluon, an deiner Stelle würde ich jetzt mal hier rumgehen und diese ganzen Lucky Blocks hier öffnen. Hier. Den. Ockeli dockeli. Den da unten. Weil du stirbst dann, wenn irgendwas beschissen ist. Ah, ja! Oh, pass auf, pass auf, pass auf! Oh mein Gott! Oh, sorry, ich hab dich geschissen. Ich hab's bemerkt. Wir haben jetzt so viel Stuff schon. So viel geilen Stuff. Und wahrscheinlich bringt das dann am Ende eh nichts. Weil wir eh wieder hier verrecken. Oder weil ein TNT an uns im Haus hochfliegt oder so. Wer weiß, was... Ja! Was hier alles passiert. Das ist, ähm... Ich mach uns mal... Oh mein Gott! Ich bekomm nur noch gute Luckys. Juhu! Ah, da hinten ist noch ein Lucky Block. Ich öffne den auch mal gerade kurz. Okay. Oh. Lucky Block. Cool, cool, cool. Wow. One is lucky, one not. Welchen soll ich öffnen? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Mach aber beide. Bluan, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin... Wo bist du? Wo bist du? Ja! Da wo das Feuerwerk war. Oh! Ich seh dich! Lucky Villager! Nein! Alter! Renn da hin! Renn da hin! Da waren alle Sachen! Das ist Slime! Der Slime ist echt gut. Ja Slimes sind immer gut, Mann. Was erwartest du? Oh ja. Oh, um Gottes Willen. Ich bin so gut wie tot. Dein Vetter hat mich getötet, Mann. Ich bin so gut wie tot. Nein, ich komme. Da war ein Lucky Sword dabei. Schlag es. Oh Gott, ist der riesig. Das sind irgendwelche komischen Item Frames und 31 Diamanten, willst du mich verraschen? Alter, was für ein Riesenslime ist das. 31 Diamanten. Ja, ich habe voll viele gehabt. Oh, man kann 21 Diamanten gegen einen... Hast du alles eingesammelt? Guck dir das mal an, ey, wie es aussieht. Man kann hier tauschen mit dem Lucky Angel. Oh, jetzt haben wir nur noch vier Diamanten. Fluren, an deiner Stelle würde ich den jetzt mit der Faust bekämpfen. Okay. Die Dokeli. Viel Spaß. Ich habe gesagt, ich werde mich... Achso, mit der Faust, ja. Oh, rein, diese fliegende Insel. Fluren, ich weiß nicht, ob das so ein toller Tausch war mit meinen... Mit meinen... Ich habe die Diamanten alle eingetauscht gegen die zwei Sachen hier. Nein, ich sterbe. Oh, sorry. Was? Ich habe nur noch ein Herz. Ich habe das eingetauscht, die 15 Diamanten gegen das. Guck dir mal die Katze an, die hat ein PC auf dem Kopf. Ernsthaft. Was? Oha, Lucky Potion habe ich hier. Hier. Gib die mal, gib die mal. Gib die mal, die Lucky Potion. Was ist die? Was ist das? Das ist übelst krank. Strength, Speed, Night Vision, Water Breathing. Ist ja geil. Erstmal saufen. Ey, du... Oh! Oh mein Gott! Alter. Ich sehe einfach nur, wie so eine Flasche rumspringt, Alter. Alter, Junge. Alter, ich weiß was... Wir müssen damit auf so einen Battle Tower... Alter, wir sind unbesiegbar damit, Junge. Oh mein Gott! Nein, nur noch ein halbes Herz! Oh mein Gott! Ich wäre fast tot. Ich wäre fast einfach tot jetzt. Okay, ich gehe damit auf so einen Battle Tower, Alter. Ich bin damit unbesiegbar, glaube ich. Okay. Tadadadada- 2.000 Jahre später. Oh! Ich habe Lederrüstung gekriegt. Das ist doch schön. Oh nein! Eine Spinne! Was kriegt hier jetzt noch raus? Ah! Eine Unlucky Potion. Oh mein Gott! Weißt du, was hier ist? So ein Sims-Alabim-Kram. Oh mein Gott! Ich hab den gestartet. Oh mein Gott, ein Simsalem-Bim-Kram. Oh nein, jetzt geht's ab. Oh Gott, hier ist ein gechargter Creeper. Nein, Tete. Oho. Nein! Nein! Ich bin gerade, oh Gott, ich glaube, wir sind hier gerade beide am Verrecken des Todes. Alter, ich bin jetzt unter dem Teil ein-Gesperr. Scheiße, ich habe so ein Simsalem-Bim-Kram gemacht und alles ist komplett am Arsch. Ich fühle mich nicht mehr. Ja, eure, komm mal her, komm mal her, Ja, da ist das Simsalem-Bim-Kram. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Pandoria oder so. Alter! Was hast du gemacht? Was hast du getan? Irgend so eine Pandoria-Box oder wie heißt sie? Was hast du getan? Wir haben keine Essensprobleme mehr jetzt, Aldo. Ja! Bluorn, Mann, was hast du getan? Alle Sachen. Alter, da war ein richtig Wert, da war Diamant-Zeug und so, hab ich hier gefunden. Hier ist richtig viel. Oh Mann, Bluorn, was hast du getan? Oh nein, Alter. Das ist doch jetzt hier, oh Mann. Was ist das? Oh Gott, hier ist so ein Teufels-Hund. Hier ist doch irgendwo noch mein Zeug, okay, okay, okay. Alter, wie es hier aussieht. Bluorn, Bluorn. Oh nein, ich bin. Und hier ist noch mehr Zeug. Stirbt. Alle. Okay, ich will weg. Ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne, ich renne. Ich auch, ich auch, ich auch. Da hinten ist irgendwie so ein Beacon, weißt du, so ein Leuchtfeuer-Dingens. Ich seh dich. Ich bin hier. Oh nein. Ich glaube, das heißt, die Folge ist vorbei. Ich würde mal sagen, das hier ist ein guter Ort, um sich auszulocken. Aber davor noch eine letzte Sache. Bluorn, ich würde mal mit dir an deiner Stelle mit diesem Hunter kuscheln. Der ist ganz nett. Ne, ich glaub's nicht, weil der kommt langsam näher. Was ist das denn? Achso, okay, doch, okay. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's auch schon mit der ersten Folge. Wenn dir gefallen hat, dann würden wir uns natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wird auf jeden Fall noch sehr spannend, dieses Projekt, würde ich mal sagen. Mal schauen, ob wir es irgendwann mal ins Ende schaffen. Alter, das wird sowas von katastrophal hier alles. Jo, also vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Hau da rein. Und auf jeden Fall wollte ich auch nochmal sagen hier, die nächste Folge, die kommt von eurem und die ist am Donnerstag. Also schaltet auf jeden Fall bei ihm ein. Abonniert ihn, um nichts zu verpassen. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal. Genau, bis dann. Bleib schleimig und tschüss. Tschüss. Drei, zwei, eins, jetzt. Fert. Aua! Oh mein Gott. Hä? Das hat sich ja echt angefühlt. Meine Faust hat förmlich dein fett Schwabbeln gefühlt. Äh, warte mal. Stopp, 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 stopp. Meine Texturen sind irgendwie weg. Was?